In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die Hoch- und die Tiefpunkte, also die Extrempunkte, von E-Funktionen berechnen kann. Grundsätzlich werden die Extrempunkte einer E-Funktion mit den gleichen Ansätzen berechnet wie bei allen anderen Funktionen. Allerdings bringen die E-Funktionen ein paar Besonderheiten mit sich, die euch bei der Berechnung das Leben schwer machen können. Und genau diese Probleme werden wir uns jetzt anhand von Beispielaufgaben anschauen. Davor allerdings gibt es einen kurzen Erinnerungsschub an die Lösungsansätze, die zur Berechnung und Überprüfung der Extrempunkte notwendig sind. In der ersten Reihe braucht man die erste Ableitung. Und diese erste Ableitung muss man gleich 0 setzen. Für diejenigen von euch, die das auf diese Weise gehört haben, nennt man das auch notwendige Bedingung. Wenn euch dieser Begriff nichts sagt, dann ignoriert es einfach. Nachdem man die erste Ableitung gleich 0 setzt und die Gleichung löst, hat man natürlich Lösungen. In diesem Fall habe ich verallgemein zwei Lösungen angedeutet, x1 und x2. Natürlich kann diese Gleichung auch nur eine Lösung haben oder mehr als zwei Lösungen. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir in diesem Fall nur zwei Lösungen haben. Diese Lösungen könnten entsprechend irgendwelche Zahlen sein. Als nächstes müsst ihr überprüfen, ob ihr einen Hoch- oder einen Tiefpunkt habt an dieser Stelle. Übrigens für diejenigen, die es auf diese Weise kennen, nennt man das hinreichende Bedingung. Das erfolgt mit Hilfe der zweiten Ableitung. Und zwar, man setzt diese x-Werte in die zweite Ableitung, also einmal x1 und einmal x2 und man rechnet das Ergebnis aus. Die Zahl, die als Ergebnis hier an dieser Stelle rauskommt, kann entweder negativ sein, in diesem Fall hätten wir einen Hochpunkt, oder positiv sein, dann hätten wir einen Tiefpunkt. Und das sind eigentlich die Lösungsansätze, mit denen man für alle Funktionen die Extrempunkte berechnet bzw. überprüft. Für den Fall, dass euch das zu schnell ging, drücke ich auf Pause und schaut doch nochmal in Ruhe dieses Lösungsschema an. Eine kleine Bemerkung noch an dieser Stelle. Auf dem Nachweis der Extrempunkte mit Hilfe des Vorzeichenwechsels werde ich an dieser Stelle mit Absicht verzichten. Wenn ihr allerdings neugierig seid, am Ende dieses Tutorials im Abspann findet ihr auch dazu ein passendes Video. Und jetzt legen wir mit den Beispielaufgaben los. Die erste Aufgabe ist eher so zum Warmwerten gedacht, deshalb würde ich ihren Schwierigkeitsgrad höchstens als einfach bezeichnen. Die Aufgabenstellung möchte von uns die Koordinaten der Extrempunkte dieser Funktion, wobei der Funktionsterm links gegeben ist. In unserem Lösungsschema haben wir bereits gesehen, dass wir dafür die ersten zwei Ableitungen brauchen. Und deshalb ist es natürlich entsprechend geschickt, wenn wir damit anfangen. Also ich werde jetzt für diese Funktion erstmal die ersten zwei Ableitungen bilden. Das heißt für uns hier, minus 3x abgeleitet sind minus 3 und e hoch x ist abgeleitet natürlich e hoch x. Die zweite Ableitung sieht dann entsprechend so aus. Die minus 3 fällt weg und e hoch x ist immer noch abgeleitet e hoch x. Im nächsten Schritt müssen wir die erste Ableitung gleich 0 setzen. Das war übrigens die sogenannte notwendige Bedingung. Und genau das mache ich. Das schnappe ich mir dann von oben, diese erste Ableitung, minus 3 plus e hoch x und setze es gleich 0. Entsprechend müssen wir zuerst so umformen, dass die e-Funktion alleine auf einer Seite steht. Und das kriegen wir hin, indem wir einfach die minus 3 mit plus 3 auf die andere Seite bringen. Also wir haben dann e hoch x gleich 3. Jetzt muss das e verschwinden. Das kriegen wir hin, indem wir die ganze Gleichung logarithmieren. Entsprechend haben wir dann auf der linken Seite nur noch x und auf der rechten Seite steht dann ln von 3. Solche Ergebnisse dürfen euch nicht erschrecken. ln 3 ist einfach nur eine Zahl, wenn man sie jetzt im Taschenrechner eintippen würde. Also eine Dezimalzahl. Allerdings werde ich an dieser Stelle mit diesem Wert oder exakten Wert weiterrechnen. Wenn euch das stört, könnt ihr das gerne auch im Taschenrechner eingeben. In dem nächsten Schritt müssen wir überprüfen, ob diese Lösung ein Hoch- oder ein Tiefpunkt ist. Und dafür, wie bereits besprochen, setzen wir diesen x-Wert in die zweite Ableitung. Die zweite Ableitung haben wir auf der linken Seite. Und da setzen wir das x einfach mit diesem ln von 3. Entsprechend sieht das Ganze dann so aus. e hoch ln 3. Und das kann man entweder lösen, wenn man sich an gewisse Logarithmusregeln erinnert. Also e hoch ln 3 ergibt einfach nur 3. Oder ihr tippt das einfach im Taschenrechner und dann seht ihr, dass 3 rauskommt. Die zweite Ableitung ist in diesem Fall eine positive Zahl. Also größer als 0. Deshalb wissen wir an dieser Stelle, dass wir einen Tiefpunkt haben. Den kürze ich jetzt natürlich ab mit tp. Im letzten Schritt braucht ihr für diesen Extrempunkt noch die y-Koordinate. Zur Erinnerung, dafür müsst ihr diesen x-Wert nehmen, den ihr hier habt. Und oben in die Anfangsfunktion einsetzen. Und das werde ich hier auch an der Seite machen. Also f von ln von 3 ist dann entsprechend minus 3 mal ln von 3 plus e hoch ln von 3. Wenn man jetzt an dieser Stelle einen Taschenrechner zur Verfügung hat, kann man das natürlich alles einsetzen und die passende Dezimalzahl ausrechnen. Ich werde es jetzt nicht machen, ich tue nur so weit wie möglich zusammenfassen. Das heißt, den ersten Term, den kann man nicht mehr vereinfachen. Bleibt so hässlich, wie er ist. Und e hoch ln 3 kennen wir schon, das ergibt natürlich 3. Das wäre dann die exakte y-Koordinate von diesem Tiefpunkt. Und entsprechend können wir dann am Ende auch diesen Tiefpunkt angeben. Also die x-Koordinate war einfach nur ln 3 und die y-Koordinate war minus 3 ln von 3 plus 3. Und hier ist die zweite Beispielaufgabe. Die Aufgabenstellung hat sich überhaupt nicht verändert, nur der Funktionsterm ist ein anderer. Von Schwierigkeitsgrad würde ich diese Aufgabe höchstens als mittelschwer einstufen. Und genauso wie bei der ersten Aufgabe fangen wir an, indem wir die ersten zwei Ableitungen bilden. Allerdings, wenn ihr diesen Funktionsterm ein bisschen genauer anschaut, sollte euch auffallen, dass ihr, um die erste Ableitung zu bilden, die Produktregel braucht. Und zur Erinnerung, die Produktregel sagt, dass die Ableitung diese Form hat. Also u' mal v plus u mal v'. Wobei natürlich diesen ersten Term hier, also dieser x hoch 2, unser u ist und e hoch minus x unser v ist. Und damit legen wir einfach los. Also, entsprechend hier an der Seite f' von x wäre dann x² abgeleitet. Also unser u' ist dann 2x mal v wird einfach nur abgeschrieben. e hoch minus x plus, dann kommt u, also x². Und dann mal v'. Wir erinnern uns, bei der e-Funktion wird die Hochzahl abgeleitet und die Ableitung kommt nach vorne. Das bedeutet, minus x abgeleitet sind minus 1. Und dieser minus 1 tue ich vor der e-Funktion nach vorne. Wobei sich die e-Funktion überhaupt nicht ändert. Also das e hoch minus x schreibe ich einfach nur ab. Jetzt stehen wir vor dem Problem, dass wir die zweite Ableitung bilden müssen. Diesen Term, vertraut mir, wollt ihr in diesem Zustand nicht ableiten. Deshalb kommt eine Besonderheit, die meistens nur in Verbindung mit der e-Funktion so einfach tut. Und zwar, weil sich die e-Funktion beim Ableiten nicht verändert, wird immer so passieren, dass dieser Exponentialanteil hier gleich bleibt. Das bedeutet, wir können es ausklammern. Also, dieses e hoch minus x ziehen wir dann nach vorne. Entsprechend bleibt dann beim ersten Term auf der linken Seite nur noch 2x übrig. Und auf der rechten Seite haben wir dann nur noch dieses x hoch 2 mal die minus 1. Das ist natürlich zusammengefasst minus x². Und mehr können wir dieser Ableitung nicht zusammenfassen. Allerdings sieht sie jetzt schon viel, viel besser aus, weil wir haben jetzt wieder einen kompakten Term, das wir erneut mit der Produktregel ableiten können. Das heißt, für den nächsten Schritt, also für die zweite Ableitung, betrachten wir das wieder als u und das hier als v. Und dann müssen wir nur einmal die Produktregel anwenden. Also, die zweite Ableitung wäre dann in diesem Fall. e hoch minus x abgeleitet ist wieder minus 1 mal e hoch minus x. Die Klammer bleibt erstmal unverändert und wird nur abgeschrieben. Dann, beim nächsten Teil, schreibe ich die e-Funktion ab und leite den Inhalt dieser Klammer. 2x abgeleitet sind natürlich 2 und minus x hoch 2 abgeleitet sind minus 2x. Auch dieser Term kann man mit der gleichen Taktik wie oben, also indem man die e hoch minus x-Funktion ausklammert, ein bisschen vereinfachen. Kurzer Hinweis an dieser Stelle, manchmal kann man auch ein bisschen mehr als nur das e hoch minus x ausklammern. Ihr braucht das nicht. Es reicht völlig aus, wenn ihr nur die e-Funktion ausklammert. Also, in diesem Fall hätten wir dann e hoch minus x, Klammer auf. Auf der linken Seite bleibt einmal dieser minus 1 und natürlich mal die Klammer, die sich da noch befindet. Und auf der rechten Seite haben wir nur noch den Inhalt dieser Klammer. Die Klammer brauchen wir nicht mehr, weil ein Plus davor steht. Also, entsprechend haben wir dann plus 2 und minus 2x. So, ihr seht, innerhalb dieser Klammer kann man noch ein bisschen was tun. Man kann zum Beispiel hier die innerste Klammer auflösen, die man einfach ausmultipliziert. Und das werden wir dann auch machen. Es fällt uns dann einfacher, das Ganze am Ende auszurechnen. Also, wenn ich die Klammer auflöse, dann habe ich minus 2x plus x² und hinten stehen da noch plus 2 und minus 2x. Und hier geht noch ein bisschen was. Und zwar, dieser minus 2x vorne und hinten kann man noch zusammenfassen. Allerdings kann man auch den Term nach der höchsten Potenz nebenbei ordnen. Also, x² minus 4x plus 2 wäre die zusammengefasste Funktion. Im nächsten Schritt werden wir auf der rechten Seite dieser Ableitung, also dieser erste Ableitung, gleich 0 setze. Das sieht dann wie folgt aus. Ich habe einfach den Term auf der linken Seite übernommen. Und jetzt taucht wieder eine Besonderheit, die sehr häufig im Zusammenhang mit der e-Funktion liegt. Und zwar, ihr habt hier ein Produkt aus zwei Termen, was 0 ergibt. Deshalb könnt ihr zur Lösung dieser Gleichung meistens diesen Satz vom 0-Produkt verwenden. Der besagt folgendes, wenn ein Produkt aus zwei Termen oder sogar mehreren Termen 0 ergibt, dann kann eventuell jeder einzelne Term 0 sein. Das deute ich jetzt mit dieser Striche an. Also, eine Möglichkeit wäre vielleicht, dass die e-Funktion 0 ist und eine andere, dass der Inhalt dieser Klammer, also 2x minus x², 0 ist. Mit der e-Funktion wird die Sache ganz schnell erledigt. Eine e-Funktion, unabhängig davon, was oben in Exponenten steht, kann nie 0 oder negativ sein. Deshalb bringt dieser Ansatz keine Lösung mit sich. Auf der rechten Seite geht es allerdings weiter. Wir wollen jetzt diese Gleichung lösen. Und ihr solltet erkennen, dass beide Terme einen x gemeinsam haben. Deshalb darf man auch hier an dieser Stelle diesen x ausklammern. Auf der linken Seite bleibt ja eine 2 übrig und auf der rechten Seite ein x. Und auch hier kann man erneut diesen Satz vom 0-Produkt anwenden. Also, das heißt, einmal die linke Seite 0 setzen. Das führt gleich zur ersten Lösung. x1 ist gleich 0. Und einmal die rechte Seite 0 setzen. 2 minus x wäre dann 0. Wenn wir jetzt zum Beispiel das x auf der anderen Seite bringen mit plus x, haben wir dann 2 ist gleich x oder anders gesagt, x ist gleich 2. Und das wäre dann unsere zweite Lösung. Also, das sind eventuell die Extremstellen. Im nächsten Schritt müssen wir natürlich diese x-Werte mit Hilfe der zweiten Ableitung überprüfen. Das habe ich hier an dieser Stelle schon aus Zeitgründen vorbereitet. Also, ich habe den ersten x-Wert 0 genommen und in die zweite Ableitung eingesetzt. Dabei kam eine positive 2 raus. Also, unser Ergebnis ist größer als 0. Daher wissen wir, dass wir an dieser Stelle einen Tiefpunkt haben. Und wenn wir die 2 in die zweite Ableitung einsetzen, dann kommt minus 2e hoch minus 2 raus. Das ist ja eine negative Zahl. Wenn ihr euch unsicher seid, tippt das dann auch ruhig noch in den Taschenrechner. Und weil es eine negative Zahl ist, haben wir an dieser Stelle einen Hochpunkt. Im letzten Schritt müssen wir natürlich für diese zwei Stellen, also für 0 und für 2, die passenden y-Koordinaten bestimmen. Das habe ich auch schon vorbereitet. Wenn ich die 0 in die Anfangsfunktion einsetze, dann kommt natürlich 0 raus. Und dann hätten wir schon die Koordinaten für diesen Tiefpunkt. Ich gebe ihn hier an der Seite nochmal an. Also, der Tiefpunkt hat die Koordinaten 0-0. Und wenn wir die 2 einsetzen, dann kommt dieser 4e hoch minus 2 raus. Ich habe es nicht mit dem Taschenrechner ausgerechnet. Deshalb ist das die exakte y-Koordinate von diesem Hochpunkt mit 2 und 4e hoch minus 2. Und hier ist die dritte und letzte Aufgabe. Die könnte man theoretisch als schwer bezeichnen. Aber das ist ein relativer Begriff. Wir reden ja vom Mathe, von daher schlimmer geht es immer. An der Aufgabenstellung hat sich nichts geändert. Lediglich die Funktion ist ein bisschen, naja, hässlicher geworden. Und wir fangen natürlich genauso an wie vorher. Also, wir bilden die ersten zwei Ableitungen. Allerdings, bevor wir mit der ersten Ableitung loslegen, würde ich empfehlen, noch diesen Term ein bisschen anders darzustellen. Es kann sein, dass der einen oder anderen von euch von dieser 4 vor der Klammer gestört wird. Deshalb würde ich empfehlen, die 4 in die Klammer reinzubringen. Dann sieht das Ganze ein bisschen kompakter aus. Entsprechend hätten wir dann 4x minus 4 mal e hoch minus 0,5x und plus 8. Jetzt können wir uns Gedanken machen über die Ableitung. Hoffentlich leicht zu bemerken, die 8 spielt gar keine Rolle. Die verschwindet dann schon bei der ersten Ableitung. Deshalb bleiben nur noch die zwei Terme hier, die mit Mal verknüpft sind. Und genauso wie bei der zweiten Beispielaufgabe, braucht ihr auch hier die sogenannte Produktregel. Entsprechend wäre das für unsere Produktregel U und das hier V. Und jetzt können wir endlich loslegen. Also, U' wäre dann in diesem Fall 4 mal die E-Funktion, also e hoch minus 0,5x. Und plus, dann wird die Klammer zuerst abgeschrieben, 4x minus 4 und dann die E-Funktion abgeleitet. Bei der E-Funktion kommt die minus 0,5 nach vorne. Das ist dann die innere Ableitung sozusagen. Und die Exponentialfunktion ändert sich natürlich nicht. Also, diesen Term schreibe ich nur ab. Jetzt geht es genauso wie bei der zweiten Aufgabe ums Zusammenfassen. Und auch hier könnten wir erkennen, dass sich dieser Exponentialanteil eigentlich nicht verändert hat. Deshalb ganz geschickt. Wir können es erneut ausklammern. Bei dem Term auf der linken Seite bleibt da nur noch die 4 übrig. Und auf der rechten Seite haben wir einmal diese Klammer hier, aber auch die minus 0,5. Die minus 0,5 können wir auch vor der Klammer schreiben. Plus mal Minus ergibt Minus. Deshalb haben wir minus 0,5 mal die Klammer mit der 4x minus 4. Und ja, wir müssen innen drinnen die innerste Klammer noch auflösen und so weit wie möglich zusammenfassen. Dann haben wir sozusagen einen gut aussehenden Term für die zweite Ableitung. Also, entsprechend habe ich dann hier an dieser Stelle, wenn ich die Klammer auflöse, minus 0,5 mal 4x sind natürlich minus 2x und minus 0,5 mal minus 4 sind plus 2. Ein bisschen geht an dieser Stelle noch was. Das bedeutet, die zwei Zahlen der Klammer können wir ja noch zusammenfassen. 4 plus 2 ergibt 6 und dann haben wir 6 minus 2x. Und das wäre dann die erste Ableitung. Die zweite Ableitung werde ich dann hier auf dieser Seite, auf der rechten Seite bilden. Auch hier benötigen wir die Produktregel, wobei wir das jetzt hier als u deklarieren und das hier wieder als v. Also, wir leiten zuerst die e-Funktion ab. Das bedeutet, die minus 0,5 kommt wieder nach vorne. Und die e-Funktion wird unverändert abgeschrieben. mal die Klammer 6 minus 2x und dann plus die e-Funktion wird diesmal unverändert abgeschrieben und dafür leiten wir die Klammer ab. 6 verschwindet und minus 2x abgeleitet sind dann minus 2. Das kann man dann so schreiben. Und auch hier wäre ein Fehlenswert, wenn wir e hoch minus 0,5x ausklammern. Entsprechend bleiben dann auf der linken Seite die minus 0,5 und diese Klammer mit 6x minus 2. Schreibe ich dann so, minus 0,5 mal 6 minus 2x. Und auf der rechten Seite steht da nur noch eine minus 2. Jetzt lösen wir innen drinnen noch die Klammer auf. Also e hoch minus 0,5x Klammer auf minus 0,5 mal 6 sind minus 3 und minus 0,5 mal minus 2x sind natürlich einfach nur x und am Ende noch minus 2. Und das können wir dann noch ein bisschen mehr zusammenfassen, indem wir wieder die Zahlen innen drinnen miteinander verrechnen. Also x bleibt x und minus 3 minus 2 sind natürlich minus 5. Nachdem wir uns jetzt mühsam durch diese ersten zwei Ableitungen durchgekämpft haben, das war übrigens auch der schwierigste Teil der Aufgabe, müssen wir natürlich wieder die erste Ableitung gleich 0 setzen. Das sieht dann so aus. Und genauso wie bei der Aufgabe 2 kann man auch hier problemlos diesen Satz vom Nullprodukt anwenden. Das bedeutet, ich setze einmal diese e-Funktion gleich 0. Allerdings, wie wir gesehen haben, eine e-Funktion kann ja nie 0 sein. Deshalb bringt das keine Lösung mit sich. Und auf der anderen Seite haben wir noch 6 minus 2x ist gleich 0. Das ist eine sehr leichte Gleichung. Die formeln wir einfach nur nach x um. Ich bringe zuerst die 2x rüber mit plus 2x. Dann haben wir 6 ist gleich 2x. Und dann teile ich noch durch 2. Und somit haben wir unsere einzige Lösung. Und zwar x ist gleich 3. Im nächsten Schritt nehmen wir natürlich diese x gleich 3 und überprüfen sie mit der zweiten Ableitung. Zur Erinnerung, das war unsere zweite Ableitung. Und hier habe ich für x die 3 eingesetzt. Entsprechend haben wir am Ende minus 2e hoch minus 1,5. Das ist ebenfalls eine negative Zahl. Und deshalb haben wir dann den Beweis für einen Hochpunkt. Die passenden y-Koordinaten oder y-Koordinate in diesem Fall finden wir raus, indem wir in die Anfangsfunktion einsetzen. Das war die hier. Hier habe ich für x ebenfalls die 3 eingesetzt. Und dieses Ergebnis war so hässlich, dass ich das Bedürfnis hatte, das sogar an den Taschenrechner einzutippen. Es kam ungefähr 9,79 raus. Also, entsprechend hat der Hochpunkt die Koordinaten 3 und 9,79. Es gibt noch ein paar Themen, die im Zusammenhang mit dieser eine Rolle spielen. Wie zum Beispiel die Ableitungsregel für die Funktion. Hauptsächlich Ketten- und Produktregel. Da natürlich nicht nur die Extrempunkte sind wichtig, sondern auch die Wendepunkte. Anwendungsaufgaben mit der E-Funktion, wie zum Beispiel Wachstumsprozesse. Verhalten im Unendlichen. Sowie die Eigenschaften der E-Funktion. Verschiebung, Streckung, Spiegelung, Waagerechtassimtote und so weiter. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. und dann geht es um ein Abo. Und dann geht es um ein Abo. Und dann geht es um ein Abo. Und dann geht es um Abo. Vielen Dank.